Ich weiß gar nicht, wie viel Kuka Shem hat. Kuka Shem von wem? Von Icon. Boah, was? Vier Millionen Aufrufe. Das ist komplett abgegangen. Okay, sollen wir kurz da reinhören und dann fangen wir mit euch an, ja? Zehn Mio auf Spotify schon? Ja. Oh, stark, Jungs, stark. Der Song ist durch die Decke gegangen. Also es war echt heftig. Krass. Deshalb, aber guck dir einfach mal die Performance auch von denen an, weil die durften sich selber halt auch so Requisiten und so weiter holen, sind in die Stadt gefahren, haben sich diese Wasserpistolen geholt und dann kamen die und Skandal war einfach kurz weg. Was ist das Ding, bro? Mit einem Rucksack wieder, keine Ahnung, wo er war. Okay, bin gespannt. Okay, was ist eine Cypher, fragt jemand. Eine Cypher ist quasi, wenn mehrere Rapper nicht im Studio normalerweise, sondern auf der Straße einfach miteinander rappen. Vielleicht läuft ein Beat im Hintergrund, vielleicht macht einer Beatbox und alle sind frei, so komplett frei. Weil jeder Mann freestylt, vielleicht macht der einen geschriebenen 8er, vielleicht macht der einen geschriebenen 16er. Man wechselt sich so ein bisschen ab, so. Man powert sich gegenseitig aus, aber man feuert sich auch gegenseitig an und so. Das ist eine Cypher. Sehr mutig, dass so, ich hätte in der Session gesagt, Jungs, wir können nicht nur zwei Bars rappen, wir müssen ein bisschen länger rappen, damit die Leute da überhaupt raffen, was wir da gerade machen, so, weißt du? Weißt du, wie ich meine? Ja. So war das ein bisschen zu schnell, Abwechslung, so. Aber mal gucken. Ich liebe den RS nicht immer wieder, mein Bruder. Ich habe gerade gesagt, warum macht jeder immer diese RS6 und so. Jetzt kommt er wieder damit. Aber okay. Er macht es in jedem seiner Songs. Okay, wenn das sein Markenzeichen ist, okay. Aber es ist ja nicht nur er. Maria, sie liebt den RS immer wieder. Sie liebt Coca-Cham, wird paranoid beim Essen mal. Aber Coca-Cham ist gut aus dem Club egal. Wie ein Coca-Cham. Wie ein Coca-Cham. Bargos auf dich auf ein letztes Mal. Coca-Cham ist da kommt jetzt der Dast. LurinTV sagt, Mann, in meinem Song habe ich das erste Mal drin. Fiel mich voll schlecht. Hast du auch RS drin? Oh, mein Bruder. Egal. Wenn wir gleich auf deinen Song reagieren, dann weiß ich ja Bescheid. Alles gut. Äh, 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 wapf, käth, amah, hässchen, Panamera. Mit den Schebäb, sie auf Arwena. Bad, bad, schu, zwei, mach ich schon leber. Mir tut Wedding Cake und deine Pussy gut. Sie rockt ein Loki-Junker, fäsch auf Gucci-Schoes. Und will bouncen auf mir, wenn sie Hennig kippt. Ich lass den Hasen dansen wie bei Looney Tunes. Treff mich am Limbecker Platz. Weil ich scharfe im Wind, Boyka hab. Immer noch Skandal, Kakarot. Immer noch fuck sich, we geht da ab. Sie liebt Go... Hey. Ach, Windbreaker, weil ich scharfe im Windbreaker hab. Immer noch fuck sich, we geht da ab. Okay. Ach so, ist das der Rascher, der das sagt? Dann passt das ja wegen seinem Namen. Vielleicht meint er seinen Namen. Also vielleicht ist RS eine Abkürzung für seinen Namen. Nee, der Shabab sagt das immer. Ach, okay. Nee, dann nicht. Aber guter Gedanke. Wenn das so gewesen wäre, dann auf jeden Fall. Nee, der Rascher sagt in seinen Songs nie. RS. Okay. Das ist Bajor. Nee, das ist Rascher. Scheiße. Okay, ich bin noch nicht drin. Ich bin noch nicht drin. That's what he said. Das ist voll spät erst gecheckt. Ein Gramm hat auch jemand reingeschrieben. Ist auch ein sehr guter Song von Infinite, Bajor und Skandal. Okay. Hört ihr unbedingt Ein Gramm an, wird dir gefallen. Okay. Wir hören den Song aus Respekt auf jeden Fall zu Ende. Ich will noch mal gucken, was die Jungs so machen. Oh, ah, sie liebt Coca-Chem. Oh, ah, wegen Coca-Chem. Oh, ah, sie liebt Coca-Chem. Oh, ah, wegen Coca-Chem. Oh, ah, sie liebt Coca-Chem. Wird paranoid beim Essen mal. Aber Coca-Chem ist gut aussehen im Club egal. Wie ein Koka-Shem, uaah, wie ein Koka-Shem, uaah, wie ein Koka-Shem, uaah. Okay, nicer Club-Summer auf jeden Fall. Dieser Rucksack mit Mehl macht voll Sinn auf jeden Fall. Jetzt habe ich das auch gecheckt, so. Mäßig Koka. Das Baio, Shabab, Skandal, Trascha, Barre. Barre, Bruder, Barre. Das sagt er immer. Der hieß vorher Barro, glaube ich. Und dann hat er sich aber zum Finale oder so Barre genannt. Es gibt so ein Meme jetzt mittlerweile davon. Barre, Bruder, Barre. Barre, ich heiße Barre, Bruder, Barre. Warum hat er seinen Namen geändert? Das weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung. Wusstest du das, wenn du einen Labelvertrag hast, ne? Unter dem Namen Iman. Und du releasst Songs und du hast irgendwann keinen Bock auf das Label. Und sagst, ich will es unter einem anderen Namen releasen. Dann kannst du das machen. Wie jetzt? Wenn du dich Imani nennst. Als ob. Deswegen gab es auch K1 oder Prince K1 zum Beispiel. Das wusste ich gar nicht. Du darfst nur unter den Künstlernamen, der im Vertrag steht, keine Musik releasen. Aber wenn du ein anderer Künstlernamen bist, also ein anderer Künstler oder Künstlerin, dann bist du im Endeffekt wieder frei, so. Krass. Das wusste ich gar nicht. Okay, seid ihr ready? Okay, wir hören weiter. Ein Gramm. Ei. Ja. So ein Ding. Doch dieselbe Straße wie schon gestern Nacht. Regentropft auf den Nike-Tech wie eng versteckt den Ecken ab. Der hält einfach ein Baby in der Hand. Der hält einfach ein fremdes Baby in der Hand. Die Mutter hat ihm einfach das Baby in die Hand gedrückt. Was für eine Mutter, Bruder. Einfach fremdes Baby, Bro. Ja. Aber ein fremdes Baby mit Vandana direkt. Ei. Ja. Ich finde immer merk bei Infinite, dass er mit Savage unterwegs war. So manchmal in seinem Flow. Manchmal gar nicht. Aber jetzt gerade die ersten paar Zeilen klangen sehr nach Savage, fand ich irgendwie. Oder? Und ich finde es geil, dass die jungen Leute heutzutage das feiern zum Beispiel. So. Und ich finde es nice, dass es immer noch Künstler gibt wie Infinite, die halt so von der alten Schule sind. Und immer noch das so. Auch wenn er es auch modern macht, er bringt immer noch diesen Vibe rüber. So. Dieses Baby mit Vandana. Ich komme nicht klar. Was ist das für ein Bild? Was ist das für ein Bild? Das ist so random. Aber es ist richtig süß. Scheiße. Wenn ich ein Baby hätte, ich würde das safe auch machen. Komm schon, wie süß das ist. Das ist das Ding, Bro. NG für Tote? Nein, Bro. Infinite ist noch ein anderes Kaliber. Infinite ist auch ein Frauendude auf jeden Fall. Infinite hat auch sehr viele Frauen als Zuhörer, glaube ich. Einfach nur, weil er so aussieht, wie er aussieht. Er ist ein bisschen so Machine Gun Kelly-Type. Weiß ich meinen? Sie wollen die Light and Cat. Keine neuen Freundinnen ist Neophobie. Dennoch ohne Maske pass ich um das Täterprofil. Ich treffe nicht Ziel und die Kugel ist bloß. Okay, jetzt habe ich safe Farid gehört. Hast du das gehört? Ja. Seine Stimme, wie er das sagt, wie er das einsetzt. Vielleicht ist das Farid so. Auf Lachgeck so. Ey, ich bin bei Eiken. Aber geiles Musikvideo. Voll. Nice. Die Weste schützt die Brust, aber dein Kopf ist noch frei. Trag die Schafe wie ein Adana-Spies. Das ist ein Film in meinem Blog, doch ohne Kamerateen. Pussy. Besser ist, wenn du den Kopf einziehst. Wenn die Reifen brennen, merkst du, du bist doch kein G. Und dein kleiner Junge raucht deinen Kamm. Vor der Schule nur damit er wieder drauf sein kann. Bunker Deckel zum Feinhauseingang, auch wenn es für morgen wieder Haus sein kann. Und dein kleiner Junge raucht deinen Kram. Nur damit er wieder drauf sein kann. Mhhh. Mhhh. Immer noch da, ich bleib dergleiche und mach Steine zu Geld. Es reicht dein Papp, du SMB, als wär die Leitung besetzt. Ich mach die Nacht heute zum Tag und deine kleine gibt hell. Und fuck, sie ridet deinen Star, doch hat nie Daimler gelenkt. Ich Bunker Rec. Nice Bar, Infinite. Sie ridet einen Star, doch hat nie Daimler gelenkt. Nice. Eigentlich, eigentlich nice. Ich mag das auch so. Infinite, wie ich gerade gesagt hab, der ist halt auch so ein Frauentyp. Und der kann auch gerne damit ein bisschen spielen, weißt du? Ich find die Kombi vor allem richtig gut, zwischen Skandal, Bayer und Infinite. Ja. Ich fahre ja auch Infinite extrem. Passt gut, passt gut. In 10 Jahren sieht das Baby das. Ja, egal. Das ist eh ein Gangster-Baby, so wie es aussieht. Schöne. Also scheißegal. Okay, der ist schon fresh. Ich hab's doch gedacht. Aber ich schwöre, von der Stimme her, er könnte Farids kleiner Bruder sein. Deshalb. Total viele dachten das auch. Total viele dachten auch, er wäre Farids kleiner Bruder. Krass. Ich dachte es selber. Dann hab ich ihn gefragt und meinte er so, nein, das find ich nicht. Krass, okay. Ich find ihn heftig, ich find die Kombi heftig. Ich mag den Song. Vor der Schule nur, damit er wieder drauf sein kann. Bunker Deckels und sein Hauseingang. Auch wenn es für morgen wieder Haus sein kann. Und der kleine Junge ruft ein Kram. Nur damit er wieder drauf sein kann. Geiles Ding. Geiles Ding, Jungs. Einen Gramm. Kein Tag ohne Hasseln. Farben der Fabeln schon lange verwaschen. Ich hoffe nur, dass meine Narben verblassen und gradlich nicht zu nem Mandala verwachsen. Ich bleib' preserviert wie die Navajo. Glaub mir bei Bifu, mein Partner, die Kaliko. Mann, ich weiß nicht für mein Money, too. Lass sie singen wie Guantanamo. Geiles Ding, Jungs. Bis zum nächsten Mal.